Ich würde mir gerne reinziehen, was hier bei Ju abgeht, Dicker. Habe ich noch nicht gesehen, Alter. Ich habe es mir noch nicht reingezogen. Da würde ich sagen, schauen wir mal ganz, was da abgeht, Mann. Das würde mich aber jetzt mal ganz kurz interessieren. An der Stelle, wenn ihr mir hier auf Twitch folgt, könnt ihr das kleine rote, süße Herz drücken. Falls ihr es noch nicht tut, wäre das auf jeden Fall ein Ehrenmove. Und falls ihr noch nicht gesubbt habt, könnt ihr mit Ausführungszeichen Prime gerne hier kostenfrei reinzaben. Ich würde sagen, let's go. Zum Ende des Jahres möchte ich die Gelegenheit nutzen, ein letztes Mal zu euch zu sprechen. Okay. Ein letztes Mal in diesem Jahr, aber auch ein letztes Mal auf diesem Kanal. Okay, krass. Das hier ist ein sehr schwieriges Video für mich. Nicht, weil wir uns wieder der Herausforderung gestellt haben, noch krassere Special Effects einzubauen oder noch größere Story zu erzählen, sondern weil ich etwas entschieden habe und es euch jetzt schweren Herzens mitteilen muss. Okay, first off. Ju, so dumm es klingt, ich respektiere deine Entscheidung und bin als Freund sogar sehr froh darüber, dass du diese Entscheidung getroffen hast. Denn ich weiß, wie viel Zeit du in deinen Videos steckst und ich weiß, wie krank der Kopfweg für dich immer gewesen ist, Alter, den du hattest, damit du diese Videos, die du gemacht hast, rechtzeitig fertig bekommst. Du bist irgendwie auch zweimal im Monat runtergegangen, von einmal im Monat. Aber das hat nicht gereicht. Dein Privatleben hat darunter, glaube ich, sehr gelitten. Aber auch deine Gesundheit, Alter. Und ich will hier auch gar nicht so krass aus Medikästen plauen. Ich will halt nur sagen, Ju, Digga, ich finde es tatsächlich sehr krass. Was ist denn mit einem Hahn hier eigentlich los, Leute? Es tut mir leid. Kommt mit falscher Zeit, um das zu machen. Aber ich muss einfach. Ey, ihr kennt mich, Mann. Ich finde es auf jeden Fall sehr krass, dass du das gemacht hast, Alter. Ich finde das sehr gut, weil ich halt weiß, was für ein Druck dahinter steht, Alter. Und ey, ihr glaubt gar nicht, wie oft ich schon mit so einer Entscheidung gespielt habe. Aber wir gucken erst mal, was jetzt dahinter steht, Mann. Damals mit YouTube anfing, dachte ich nicht im Traum daran, irgendwann einmal meinen Lebensunterhalt damit zu finanzieren. Und eine Villa. Für mich war es immer eine von vielen Möglichkeiten, sich kreativ auszuleben. Und schnell merkte ich auch, wie viel Leidenschaft es in mir weckt, Videos zu produzieren, YouTube zu machen. Ich habe dabei nie geplant, so etwas wie ein YouTube-Star zu werden. Das, was mir immer am wichtigsten war, war die Kunst. Und das ist es auch heute noch. Und das ist das Ding, Leute. Jetzt ist er der Größte in Deutschland, Alter. Er ist der Größte Motherfucker in Deutschland, Mann. Er hat einfach den größten Kanal in Deutschland. Hat gerade eine über-sicke Kampagne noch mit Plakaten von Media, Mark oder Saturn. Ich weiß nicht, eins von beiden auf jeden Fall. Bibi hat auch irgendwie sowas bekommen. Ist deutschlandweit plakatiert, Alter. War bei Just Dance. Hat eine eigene Tanzschule aufgemacht. Hat unglaublich kranken Merch-Umsatz. Ju, Alter. Du bist eine gottverdammte Maschine. Du brauchst keinem mehr was beweisen, Mann. Du bist einfach, was Content in Deutschland angeht, bist du tatsächlich Krasseste. Bibi ist momentan größer. Ja gut, mag er sein. Bist du momentan der krasseste Motherfucker, den es jemals gegeben hat und jemals geben wird. Und ich glaube nicht, dass irgendwer daherkommt und deinen Content in irgendeiner Art und Weise in den Schatten stellen wird. Weil was du gemacht hast, Alter, das amerikanische Content-Produktionsniveau, je nach Deutschland zu bringen, Alter. Du hast gesagt, ich gebe mich nicht mit fucking iPhone-Handy-Vlogs zufrieden. Ich will nicht irgendein x-beliebiger Ranz-Gamer sein, so wie Revi und Ungens damals waren. Ich bin's immer noch, Alter, was soll ich sagen? Ähm, Digga, du hast was geschaffen, Alter, was extrem einzigartig ist. Und das darfst du nicht vergessen. Ja, also du bist ein krasser, krasser Motherfucker, Mann. Ich hab meine Videos hochgeladen, um meine ganz eigene Art von Kunst der Welt zu präsentieren, um Menschen zu unterhalten und für einen kurzen Moment sie aus einem Alltag rauszureißen, aus ihrem Alltag rauszureißen. Und einfach mal mitzunehmen auf eine bunte, fantastische Reise. Und genau das war nicht sein Ziel. Er wollte dir der krasseste werden. Er hat einfach nur geilen Scheiß gemacht. Also G-Time. Danke für den 38. Resub, mein Freund. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Ausrufe, Sechen Prime, Chat. Wer jetzt nicht reinfolgt, wird von mir gebannt. Und reinzappt. Also folgen, links Herz drücken, reinzappen, Ausrufe, Sechen Prime. Dass ich jemals so viele Leute damit ansprechen durfte, mit denen sich zusammen diese Welt noch viel größer gestalten lassen hat, ist das absolut Großartigste, was ich mir niemals so hätte ausdenken können. Und so wuchs der Kanal und mit ihm seine Geschichten und auch das Team, das mich auf diesem Weg begleitet hat. Doch auch die Anforderungen, die Erwartungen, die wir an uns selbst gestellt haben, wurden immer größer. Lass uns es noch geiler machen. Und noch geiler wurde unser Motto. Dem wir uns halt Woche für Woche neu verschrieben haben. Egal wie aufwendig, kräftrauben, kostspielig und manchmal auch frustrierend das Erstellen eines Videos sein kann. Wir wollten uns immer selbst verweisen. Dass es immer noch mehr rauszuholen ist. Und das ist halt ein Ding, den viele Selbstständigen, wo viele Selbstständige Probleme mit haben, Alter, dass es ein kompletter Genickbruch sein kann. Man neigt dazu, als kreativer Mensch viel zu viel zu machen und immer weiter sich neuen Aufgaben zu verschreiben, obwohl man ja eigentlich schon längst genug hat. Ich kenne das selber, ich bin auch jemand, der seine Streams macht. Ich müsste nicht streamen, ich mache meine Videos, habe daran Spaß, ich mache Musik, ich habe ein Musiklabel mit aufgezogen. Wir haben eine Charity-Organisation, das sind alles Sachen, die auf freiwilliger Basis passieren, weil ich darauf Bock habe. Und genauso ist es bei Drew, Alter. Man macht halt immer, immer weiter irgendwie und man, man, ja, man, man findet halt irgendwie kein Ende, Alter. Ich habe mit Drew schon so oft diesen Talk von wegen fucking Workaholic Lifestyle und sowas gehabt, Mann. Wir saßen schon als Drew noch in Köln gewohnt und da habe ich gesagt, Digi, wir müssen beide mal chillen, Alter. Und haben wir bis jetzt gechillt? Nein. Und jetzt geht er den ersten richtigen Schritt, Digga, wirklich. Und das ist extrem stark. Und letzten Endes war es dieser Ehrgeiz, dieser unbändige Eifer, der uns irgendwann einfach zum Verhängnis wurde. Wir sind nicht... Bro, laber kein Müll. Erstmal zusammengeschrieben, Geld ist alles, was ich im Kopf habe. Wenn du Geld weiter im IT schreibst, dann kann ich dir garantieren, dass du niemals zu Geld in deinem Leben kommst, mein Freund. Wir sind nicht nur an die Grenzen des Unmöglichen gegangen, sondern auch darüber hinaus. Und nicht nur einmal. Wir haben unzählige Stunden geopfert, ganze Nächte von dem PC verbracht, um Deadlines einzuhalten. Um... Also, die wir uns halt auch selber gesetzt haben. Allein Halloween in Asozial. Es waren fünf Songs, fünf Musikvideos, fünf... Ja, Mann. Geist ist krank. ...während einfach ein paar von uns krank waren. Und das Ding ist, Leute, man denkt, dass Drew mit diesen krassen Aufrufen, Alter, maximal viel Kohle gemacht hat. Ist nicht so. Ist nicht so. Ist nicht so. Drew hat damit gar nicht mal so viel Geld verdient, Alter. Weil Drew hat einfach nur eine Sache gekickt und zwar die maximale Leidenschaft, Digga. Mehr nicht. Aber wir sind ein kleines Team und mussten trotzdem durchziehen. Ich höre auch von Leuten, die uns das erste Mal im Haus besuchen, dass sie überrascht sind, wie viel wir von der Video selbst machen. Und dass sie immer davon ausgegangen sind, dass ein riesiges Team und große Produktionsgelder dahinter stecken. Doch auch wenn wir hier und da mal ein paar externe Leute dazuholen, die uns aushelfen, wir sind immer ein kleines Team, die mit relativ bescheidenen Mitteln Videos produzieren. Und das, liebe Freunde, das frisst Zeit. Sehr viel Zeit. Und unendlich viel Energie. Für ein Video auf dem Hauptkanal benötigen wir von der ersten Idee bis zum fertigen Video, also bis es hochgeladen wird, 10 bis 14 Tage. Da sich aber leider diese Videos finanziell schon seit Jahren nicht mehr rentieren. Und diese immensen Kosten auf irgendwie andere Wege gedeckt werden müssen, kommt zudem noch halt weitere Arbeit hinzu. Das ist halt ein Produktionsdruck, den er halt hat, Alter. Er will auch sein Produktionsdiveau, wollte ja nie runterschrauben. Ich habe so oft mit Ju über diesen Kanal Bulli in uns gesprochen und habe damals gedacht, Bro, mach doch einfach was Simpleres, Alter. Die Leute lieben dich, weil du du bist und du musst nicht jedes Gottverdammte Malen Blockbuster abrufen, Alter. Und er hat es trotzdem weitergemacht, Mann. Er hat es trotzdem weitergemacht. Und das hat er es endlich begriffen, Alter. Das hat er es endlich begriffen. Das uns überhaupt ermöglicht, neue Videos zu produzieren. In den letzten Jahren war die Arbeit also rund um die Uhr allgegenwärtig. Sieben Tage die Woche. Es gab nichts anderes für mich als Arbeit. Und damit meine ich keine, ich meine keine 8-Stunden-Tage, sondern eher 18-Stunden-Tage. Ich kenne das zu gut, Mann. Ich kenne das zu gut. Der Einzel, der richtig viel Geld verdient und mit nichts tun, ist Simon Unger. Der arbeitet eine Stunde am Tag und dafür hasse ich ihn. Wirklich mal abschalten, wenn der Körper mich gesundheitlich dazu gezwungen hat. Und darum habe ich Anfang des Jahres schon einmal die Reißleine gezogen und statt jeder Woche nur jede zweite Woche ein Video hochgeladen. Ja, doch. Statt. Und genau das wissen die Leute und das Team. Und genau das wissen alle Leute, die Drew und das Team persönlich kennen. Was der Drive ist, ist wahr. Dass ich den Kanal überhaupt noch gegeben habe, obwohl es eigentlich seit Jahren keinen Profit mehr gebracht hat, zeigt, dass es nur Leidenschaft war. Ganz genau, lieber Annika. Ganz genau. Pushart an der Stelle. Grüße. Fuck, Carina. Scheiße, Alter. Ich habe so in die Tonne gegriffen. Fuck. 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 Kann ich dir einen Keks anbieten, Bro? Geschichten zu erzählen, euch noch mehr bieten zu können und sogar noch einen Gang zugelegt. Ein Video erforderte plötzlich den Aufwand von drei Videos und das in noch weniger Zeit. Aber es ging auch nicht anders. Wir selbst konnten nicht weniger abliefern, also unser eigener Anspruch zuließen. Und zudem kam noch die Verantwortung hinzu, euch, den Zuschauern, nicht einfach weniger Content in gleichbleibender Qualität vorzusetzen. Es muss also noch größer, besser, spektakulärer werden. Dachten wir. Und dann, schlagartig, wurde mir eins klar. Und zwar, dass damals, als ich an den Punkt mit diesem Kanal gekommen war, wo, an dem halt immer mehr Leute dazukamen, ich mir fest vorgenommen hatte, dass es drei Dinge gibt, die ich niemals vernachlässigen möchte. Die Menschen, die mir wichtig sind, meine Gesundheit und die Kunst. Und genau das ist das Problem, wenn man sich dazu zwingt, immer etwas rauszubringen, immer wieder und immer und immer wieder aufs Neue ein kreatives Meisterwerk zu schaffen und sich versucht, immer wieder selbst zu übertreffen, ist man irgendwann an einem Punkt, wo man kreativ ausgebrannt ist. Und ich schwöre es euch, Leute, das mag dumm klingen, aber ein Kreativburnout ist für jemanden, der Künstler ist, das Schlimmste, was es gibt. Man ist lieber erkältet, als ein Kreativburnout zu haben, weil wenn man merkt, dass die eigene Kreativität nicht mehr so reinkriegt, wie sie es mal getan hat und irgendwie die Ideen ausgehen und sowas, dann ist das richtig belastend. Dann ist das richtig, richtig belastend. Das tut extrem weh. Und ich habe da so krassen Respekt, dass du das so lange durchgezogen hast, Mann. ...die ich für euch schaffen wollte. Und auch dieser letzte Punkt nahm immer mehr Platz in meinem Leben ein. Die Zeit mit Freunden und der Familie rief immer mehr in den Hintergrund. Ja, Mann. Und meine Gesundheit, insbesondere meine Psyche, wurde halt hart strapaziert. Mhm. Opfer, die wir bereit waren zu bringen, um Content zu produzieren. Der YouTube-Video ist auf einer ganz neuen Ebene. Das ist das Ding. Eine Zeit lang ist das vollkommen in Ordnung. Eine Zeit lang geht da, glaube ich, jeder YouTuber durch. Aber Drew macht diese Tortur schon seit Gottverdammten drei, vier Jahren, Alter, durch. Mindestens. Wenn nicht sogar länger. Das ist halt insane. Das ist halt wirklich insane. ...gebracht hat aber Opfer, die jetzt nicht mehr zu bringen sind. Ich bin der Meinung, der beste Moment zu gehen und in meinem Falle etwas zu beenden ist, wenn man seinen persönlichen Gipfel erreicht hat. Ja. Und voller Stolz auf seine Arbeit zurückblicken kann und sagen kann, dass man immer alles gegeben hat und es gut war. Ja, Mann. Völlig egal, was irgendwelche Zahlen oder externe Meinungen sagen. Egal, ob man der große, ein großer oder der größte YouTuber ist. Völlig egal. Was zählt, ist einfach der eigene Maßstab und der Moment, in dem man für sich selbst entscheidet, dass man einfach seine Möglichkeiten in diesem Rahmen voll ausgeschöpft hat. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Satz, Leute. Drew vergleicht sich hier nicht mit anderen Leuten und sagt, ah, ich könnte noch dies, ich könnte noch das, ich würde noch dies und jenes. Sondern er sagt, ich bin mit dem, was ich bis dato getan habe, vollend zufrieden und kann jetzt friedlicherweise sagen, ich habe jetzt hier alles erreicht, ich brauche keinem mehr was beweisen. Und ich glaube, er braucht sich selber nichts mehr beweisen. Er hat alles getan, was er tun wollte. Und der komplett richtige Zeitpunkt jetzt zu sagen, Digga, ich bin jetzt an der Stelle raus, bin ich sehr stark. Und dieser Moment ist für diesen Kanal jetzt gekommen. Der YouTube-Kanal Julien Bam wird stillgelegt. Krasse Entscheidung, Mann. Die bereits hochgeladenen Videos werden zwar weiterhin noch zu sehen sein, aber es wird einfach kein neuer Content mehr passieren. Jakob, danke für den Sub. Akkani, dem geht es gut, ja. Drew, kurze Frage, wer beleitet denn jetzt meine Mutter weiter in den Videos, damit ich mich aufregen kann in meinen Reactions? Könntest du das vielleicht auf Bullion Jam weiterführen? Das wäre super, Dankeschön. Das heißt jetzt aber nicht, lebe wohl. Der Zweikanal bleibt erhalten. Kommt jetzt sogar noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Und wir werden neue Projekte angehen und, ja, neue Abenteuer erleben, die wir mit euch teilen wollen. Und da die Tage dann so viel mehr freie Stunden für mich haben werden, kann ich dann endlich Freiraum für mich und mein Privatleben einräumen. Ja, Mann. Leute, ihr wisst gar nicht, wie lange ich mit Drew schon vorhabe, nochmal einen Abend zu verbringen. Jedes Mal, wenn wir uns sehen, er war auf meinem Geburtstag, war er halt da, was mich auch krass geflasht hat. Alter, das ist genauso wie Inscop und Sascha, die extra hochgefahren sind. Maximal nice. So was schätze ich immer sehr. Ja, und trotzdem hat man dann in so einem Trubel nicht die Zeit, Alter. Ich schwör, Drew und ich sind schon seit locker zwei Jahren dran und kriegen selber nicht gebacken, Alter, mal einen Abend miteinander zu verbringen. Das ist insane. Das kann doch nicht sein. Ich finde, ich hab, ey, es kommt für mich selber sehr überraschend. Ich dachte, Drew arbeitet sich genauso wie ich und ein paar andere Leute einfach zu Tode. Aber, ja, er hat endlich begriffen, worum es im Leben geht, Alter. Krass. Krass auf jeden Fall. Krass. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Ich finde es aber sehr gut. ...mal tun wollte, aber nie die Zeit dafür gefunden hatte. Auch Dinge, bei denen ihr mich begleiten könnt. Zum Beispiel will ich seit Jahren auch einfach mal Livestreaming ausprobieren. Meine neue Plattform wie Twitch-Stümchen hängen. Ja, Mann, Bro. Come at me, Bro. Come at me. Holler at me. Wir machen die kranksten Streams, Drew, Alter. Ich unterstütze dich dabei liebend gerne, Mann. Da sehe ich dich auch voll drin. Ich sehe dich nicht im Gaming, aber ich sehe dich generell im Real Talk. Ich sehe dich hier im Labern, Alter. So wie ich den Scheiß hier dran mache. Mir gefällt aber die Idee des Miteinanders mit den Zuschauern, dass man da einfach unmittelbar Feedback bekommt. Und, ja, dieser direkte Kontakt zu euch kam halt in letzter Zeit auch eh viel zu kurz. Nichtsdestotrotz, so ein Abschied ist nicht leicht. Und schockt jetzt vielleicht einige von euch. Auch wir sind natürlich traurig, aber man darf im Leben nicht stehen bleiben. Man darf nicht Dinge festhalten, sondern sollte immer, sollte... Ah, Bro. Er hat die Tränen in den Augen, Alter. Hab, Baby, ich würde dich jetzt gerade so sehr umarmen, Alter. So gerne, Mann. Immer den Moment leben und genießen. Und auch lernen, weiterzuziehen, wenn die Zeit gekommen ist. Und da viele Fragen noch unbeantwortet sind und die Geschichte noch nicht ganz zu Ende erzählt wurde, machen wir euch den Abschied so schön, wie wir können. Und schenken euch und uns noch dreimal all unsere Kreativität und alle unseren Einsatz werden die Geschichte des Kanals würdig und spektakulär zu Ende erzählen. Ich hoffe, meine Mutter wird daran nicht beleidigt oder ich. Wir wollen nicht die letzten Momente des Kanals ausschlachten und die Kuh melken, solange sie noch Milch gibt. Die letzten Tage sollen nicht missbraucht werden. Wir wollen mit einem Knall gehen und euch ein unvergessliches Finale bieten, das ihr auch verdient habt. Und auch der Kunst, hinter der wir immer standen, den Respekt erweisen, den sie verdient hat. Darum werden noch drei Videos auf diesem Kanal im Vier-Wochen-Rhythmus erscheinen. Eine kleine Trilogie, mit der alles beendet wird. Und das erste davon werden wir Ende Januar sehen. Freue ich mich drauf. Lass uns also nicht traurig in die Zukunft blicken, sondern voller Freude, voller Tatendrang und Lust auf Neues. Aber, lass uns jetzt nochmal zurückblicken. Auf ein sehr anstrengendes, aber auch wundervolles Jahr, das wir gemeinsam gestaltet haben. Drew, auch der Einzige, der seine Werbung wirklich sinnvoll setzt und nicht einfach nur wie ich random im Editor rumklickt, Alter. Oh, damn. Oh, Bro. Alter, Mann. Gänsehauts, jetzt schon. Bruder, was los? Bruder, was los? Wohin denn, mein Jung? Muss Mutter fragen, ich so dumm. Ey, da hinten sind so Blumen und so ein Dreckigescheiß. Könnte einer Oma von dem grünen Zoll denn das kommt immer von Eis. Uff, Alter. Das ist schon, ähm... Geht schon nah, Alter. Geht schon einfach wirklich nah. Geht schon nah. Auch da sieht man einfach nochmal, da wird sich extra Gedanken gemacht, wie kann ich jetzt hier noch ein Medley schreiben, wie kann ich jetzt das Ganze noch würdevoll mit einem Bestoff zum Schluss bringen. Drew ist ein fucking Künstler, Mann. Drew ist ein fucking Künstler und das darf. Darf man niemals klein reden. Krankenrespekt für dir, Alter, und deine Arbeit. Ich finde es echt schade, aber als YouTube-Zuschauer finde ich es super schade. Aber als Freund und als sehr, sehr guter Kollege und gerade da wir beide dieses Thema super, super oft, wenn wir uns sehen, gehabt haben, Alter. Ich finde es echt gut, ich finde es echt gut, Mann. Ich finde es echt krass, dass du diese Entscheidung getroffen hast, Bro. Bitte, bitte, Digga, nutz deine Zeit, die du hast, für deine Leute. Wo sollen hier Blumen sein? Hier sind nur Äste und Cola-Dosen. Na, egal, ich geh. Jetzt erst mal Taschengeld bei Oma holen. Oma, was geht? Digga, zu spät. Alter. Haben für YouTube gedreht. Zeit für einen neuen Weg. Kann bitte jemand endlich Julien Bam seine eigene Netflix-Serie geben, Alter. Irgendein Original-Junge. Mit seiner Produktion. Erzverdienst. Warum sind deine Augen so groß? Damit ich besser höre, besser höre, was los? Warum sind deine Augen so rot? Ich hab den halben Wald, den halben Wald hier gesungen. Ey, der Geist ist krank der Gänsehaut, Mann. Wirklich. Aber warum sind deine Hände so groß und verdammt groß? Damit ich schneller fäppel, so viel schneller fäppel, mein Sohn. Oh, warum hast du so einen großen Mund? Damit die Rap-Lines, meine Rap-Lines, krasser Frauen. Auch Wins, Alter. Wahnsinniger, wahnsinniger Kerlmann, wahnsinnig begabt, wahnsinniger Künstler, das komplette Team von Ju. Und auch die, auch du, Carina, vielleicht sogar mal hier bist, Alter. Alle super, super, super krass, was ihr mal auf den, da, da, da muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen, Alter. Es gibt keinen, es gibt wenig Leute überhaupt auf YouTube, die auf dem Level produzieren. Wahrscheinlich ist Ju mit einer der einzigen. Es sind USA ein paar Leute, äh, ein paar Leute, aber, Alter, wir können echt froh sein, dass YouTube Deutschland sowas wie Julian Bam und diesen Kanal mit diesen Videos hatte. Hatten wir nämlich nicht nur einen großen Topf Scheiße, sondern ganz oben auf diesem großen Topf Scheiße, den ich mit befüllt habe, Alter. Da schwamm auf jeden Fall eine glitzernde Rose, Alter. Und das war dein gottverdammter Kanal, Ju. Alle meine Bars sind Messer, scharf wie Schneidezähne. Und die lass ich mir sicherlich nicht von der Fee nehmen. Jede Line smooth be mein Fell, denn ich hab nice Gene. Erklär dir meine Pläne, denn du kannst sie keinem mehr erzählen. Heutzutage werden Dinge ganz anders geregelt. 57. 185 Drehorte. Es wird jeder schnell geregelt. 79 Drehtage, Alter. In einem Jahr. Und das ist nur der Dreh. Da kommt Skript dazu, da kommt Schnitt dazu. Leute, ich glaube, dass Julien Bam wahrscheinlich genauso viel, ansatzweise wahrscheinlich genauso viel, wie Merkel dieses Jahr gearbeitet haben muss. Könnt ihr euch ungefähr ausrechnen, was da an fehlender Freizeit und Quality Time mit Family und Friends fehlt. Fressen, dann gibt es keine Probleme. So viele Bilder, doch ich schalt jetzt leider ab Standby. Man kriegt so vieles zurück. 200.000 Dislikes zusammenkommen, Alter. Das kann doch nicht sein. Nicht die eigene Zeit. Gut, gegenüber 10 Millionen Likes ist das schon in Ordnung. Oder wieso? Sorry, die Story geht so. Wann lädst du wieder was hoch? Oder bist du los? Oh, oh. So ein Ende so fehl. Weil man den Gleichwahlen hat zusammen so viel erlebt. Ende so fehl. Warte mal ganz kurz. Weil man den Gleichwahlen hat zusammen so viel. Oh, ich dachte gerade, das wäre ich gewesen. Sie sah genauso aus mit meiner Kette. Und warum ist es so lieb da so spät? Weil die Zeit, ja, weil die Zeit so schnell vergeht. Aber warum muss man nicht neue Türen gehen. Denn hinter jeder Tür gibt es noch viel mehr zu sehen. Allein die Aufarbeitung dieser ganzen Statistiken, Alter. Insane aufwendig. Wer ist auch nicht nur so süß? Ja, das ist doch geschehen. der aber andere Türen will. Und warum will ich noch so viel mehr verstehen? Und ich nehm euch alle mit auf meinen Weg. Ey, scheiße, Alter, meine Haare kotzen mich heute richtig an. Da sind mir auch gerade fast die Tränen gekommen, Alter, muss ich einfach mal sagen. Boah, junger Alter, Ju. Krasser Move, den ich aber nachvollziehen kann, Alter, ich fühle ihn, ich fühle ihn sehr. Ich glaube, ich habe alles gesagt, Alter. Digga, keep on rockin', Alter, du fasst die Szene komplett revolutioniert, Alter. Einzigartiger Guy und als Freund kann ich dir einfach nur sagen, ich bin stolz darauf, dass du diese Entscheidung getroffen hast.